Du hast also endlich begriffen, dass du kein guter Geschäftsmann bist. Aber ein Mann. Ja, ein Mann. Leute wie Morden gibt's viel auf der Welt. Die sterben nicht aus. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Warum bin ich eigentlich jetzt hier? Weil ich die Farm will oder die Frau? Nein, du bist der Grund. Und du wirst mir jetzt endlich sagen, wer du bist. Manche Leute sterben von Neugier. Schon möglich. Ich bin sehr dankbar. Spannende Musik. Ich bin sehr dankbar. Das ist auch nicht möglich. Wie soll ich jetzt sein? Ich bin sehr dankbar. Was ist das? Wer ist der Karte? Wer ist der Karte? Ich bin sehr dankbar. Das war's. Das war's.